Ich bin 18 und meine Eltern haben ein Geschäft und ein Mietshaus, ein Blumengeschäft, genauer gesagt. Und sie wollten eigentlich immer, dass ich da einsteige oder auch wenigstens mal mithelfe sonntags. So hatte ich aber keine Böcke für. Gehenüber sitzt der Kevin und die Angelik. Jogginghose, Bier in der Hand und die Boys hier dick. Beide haben einen Kinderwagen, Arbeit tun sie, keine haben. Beide haben einen Kinderwagen, noch Arbeit tun sie, keine haben. Lasst euch nicht erzählen, jetzt ist ein Problem. Propaganda der Juppie-Schweine, Arbeit hat man besser keine. Lasst euch nicht erzählen, jetzt ist ein Problem. Propaganda der Juppie-Schweine, Arbeit hat man besser keine. Am Kiosk steht der heiße Handy und zeigt den Boys sein neues Handy. Polyphoner Klingelton, damit 20 beruflich in Station. Polyphon, Klingelton, 20 in Station. Propaganda der Juppie-Schweine, Arbeit hat man besser keine. Lasst euch nicht erzählen, ihr hättet ein Problem. Propaganda der Juppie-Schweine, Arbeit hat man besser keine. Lasst euch nicht erzählen, ihr hättet ein Problem. Propaganda der Juppie-Schweine, Arbeit hat man besser keine. Lasst euch nicht erzählen, ihr hättet ein Problem. Propaganda der Juppie-Schweine, Arbeit hat man besser keine. Lasst euch nicht erzählen, ihr hättet ein Problem. Propaganda der Juppie-Schweine, Arbeit hat man besser keine.